Da durch? Ja, natürlich da durch. Da bist du! Ich wollte nichts stören, aber ich bin gerade nebenan eingezogen und wollte fragen, ob ich mir eine Blutprobe leihen kann. Das ist nicht die Nachbarschaftshilfe, auf die ich gehofft hatte. Fighting Area, Bossfight! Oh, das Viech ist ja mal richtig ekelhaft. Ich bin mehr wie als dir! Raus, komm raus, ich bin nicht! Jetzt gibts aufs Maul! Kann ich hier etwas nicht haben? Ich habe mein Monster verloren. Wer zuerst kommt, soll zuerst verkrügelt. Nimm das! Wenn es so nichts ausmacht, ich müsste mir jetzt wirklich etwas Blut leihen. Hast du was gehört, Stinky? Oh, Mann! Hehe. Ja, das war ja charmant. Das fand ich ja echt toll. Hoffentlich darf ich jetzt den ganzen Kampf nochmal machen. Das hoffe ich doch. Wenn es dir nichts ausmacht, ich müsste mir jetzt wirklich etwas Blut leihen. Hast du was gehört, Stinky? Ja, hau da rein! Die Dinger sind jetzt echt nicht so schwer kaputt zu kriegen. Okay, was jetzt? Da oben ist er durch. Genau. Auf der Suche nach einer DNA-Probe hat Spidey das Ungeziefer gefunden, das Gwen gebissen hat, aber Smythes Roboter haben ihr Treffen unterbrochen. Kann Spidey die Ratte erwischen, bevor er elektrisiert wird? Tja. Das ist die Frage. Was soll eigentlich das mit dem Zeppelin? Ich weiß es nicht. Ich habe gesehen, wie sich ein Mann in einer Artier-Zombie verwandelt hat. Ich sage euch, die Infektion breitet sich aus. Vorsicht! Verfolgungsjagd! Mitten in Manhattan! Hier trage ich den Sheriff-Stern. Ich weiß nur überhaupt nicht, wo ich hin muss. Hilfe! Finde die Ratten-Appen-Kreuzung. Ja, das sagst du so leicht. Egal, wir lassen uns mal fallen. Oh, cool. Äh. Ja. Ach, natürlich, den Ratten folgen. Ich weiß nicht, Mama! Ich weiß nicht, Mama! Ich weiß nicht, Mama! Also folgen wir den Ratten. Wo führen uns die Ratten denn hin? Zumindest nicht nach hier. Nach, nach, nach da, nach hier. Überall hin. Wo sind denn die Ratten jetzt? Ach, hier biegen die auch. Oh, mit einem coolen Move. Springt da rein zu Kapitel 4. Der Reis, der Jagd. Die Ratte ist wieder in der Kanalisation für ein neues Versteckspiel. Heute habe ich was total Verrücktes gesehen. Eine Riesenratte ist an meinem Fenster rumgekrabbelt. Okay, unten sind, glaube ich, die Neuen. Unten sind die Neuen Nachrichten und oben ist Scheiße. Also wieder die Nummer. Nope. Nope. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das mit dem Netz gehen soll. Aber es schwingt. Ach. Solche Kollegen wieder. Ah, ich drücke immer noch RB zum Ausweichen, weil ich das von Spider-Man 3 so gewöhnt bin. Zum Teufel. Und da bin ich schon tot. Ah, ich muss mich mal anders hinsetzen. Das geht gar nicht klar. Ach, hätte ich nur einen Stuhl, der 10 Hektar groß wäre, dann könnte ich mich jetzt anständig hinsetzen. Aber... So dürfte das, glaube ich, gehen. So. Drücken zum Beginn, natürlich. Oh, spitze. Hallo. Darf ich sterben? Hehe. Geht das jetzt immer noch? Ne, natürlich nicht. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööö, das ist mein rei- und klingisch. Woher stiefelst du hin? Oh, komm. Ist doch wohl ein schlechter Scherz. Oh, komm. Ich mach dich fertig! Hier kommt noch mehr! Na klar! Aus dem Weg, Kumpel! Ich weiß nicht, ob dir das passt! Oh, das reicht jetzt! Man erntet, was man zählt! Psst! Zum Glück überhaupt nicht übertrieben! Das soll wohl ein Witz sein! Wie viele Fragen gibt es? Zu viele, wenn du mich fragst! Wir schnappen uns erstmal die kleinen Roboter! Weil die nämlich die größere Bedrohung für uns sind! Und dann schalten wir die anderen Typen aus! Ach! Ja, oder so! Oh! 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 So! Boah! Oh! even hier ätzenden Säure! Muss das sein! Geh! Wenn's also im direkten Kampf nicht geht, dann eben Starfy. So. Ne. So. Tch. Killer-Roboter gegen Rattenmenschen? Das kam doch letztens im Fernsehen. Muss ja ein echt schlechter Film gewesen sein. Zeit, die Netze auszuwerfen und diesen Typen zu finden. Also. Nein. 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 Auch nicht. Auch nicht. Da bist du! Mein Schatz! Ja. Wieder mal ultraintelligent. Okay. Du bist dran mit Zell. Versteck mich jetzt. Alles klar. Dann verstecken wir uns ein bisschen. Ach, hör doch mal auf. Spooky. Ja. Dann kommt noch mehr Treffer. Viel noch. Es reicht jetzt. Das reicht. Wer ist jetzt der Sandsack? Wieder auf mich anzulächeln. Aua. Ach du Schande. Bin ja gespannt was wir da gleich machen dürfen. Nein. Hier mit. Was? Wo? Hallo. Ja. Moment mal. Ist das so vielleicht? Ja. Bei solchen Anlässen komme ich doch gerne mal persönlich vorbei und mische die Party auf. Das sah nicht gut aus. Ja. Ja. Hör auf mich anzulächeln. Komm schon. Komm schon. Haben wir es jetzt mal. Das reicht. Es reicht jetzt. Das hätten wir schon mal. Aufstieg. Neues Upgrade war für zwar.